Suchen Sie nach einem Käufer für Ihr Unternehmen oder möchten Sie eine Firma kaufen? Steht ein Generationswechsel in Ihrer Familienunternehmung an? Mein Name ist Josef André. Ich bin Ihr Nachfolgespezialist von Kern in der Schweiz. Kern ist aus der Geschichte und aus den Erfahrungen eines Familienunternehmens vor vielen Jahren entstanden. Und auch ich selbst habe den Prozess einer Unternehmensnachfolge zweimal in meinen eigenen Unternehmen erlebt. Oft geht es um sehr hohe und wichtige Vermögenswerte. Es geht um Ihre persönliche Absicherung, der Zukunft aller Mitarbeiter oder auch um Wachstum und die konkrete Identifizierung des richtigen Käufers oder Verkäufers. Und genau deshalb ist es mir sehr wichtig, den KMUs in der Schweiz in dieser oft sehr komplexen Aufgabenstellung kompetent zur Seite zu stehen. Ich kann selbst auf eine Laufbahn von 15 Jahren als selbstständiger KMU-Unternehmer zurückblicken und bin unter anderem ausgebildet und zertifiziert als systemischer Business- und Management-Coach. Qualitäten und Erfahrungen, die für einen erfolgreichen Prozess der Unternehmensnachfolge von entscheidender Bedeutung sind. Da wir bei Kern zudem als Spezialberatung ein extrem großes Netzwerk zu kleinen und mittelständischen Firmen, Banken, Verbänden, Investoren sowie Käufern und Verkäufern haben, bekommen wir zeitaufwendige, komplexe und schwierige Nachfolgeprozesse oft schnell und reibungslos gelöst. Sie werden sich vielleicht fragen, was uns von anderen Beratern in diesem Bereich unterscheidet. Vier wichtige Punkte. Erstens, wir sind von Kern auf die Unternehmensnachfolge spezialisiert. Wir machen nichts anderes. Zweitens, bei uns erhalten Sie nicht nur die praktische Erfahrung und das Expertenwissen, sondern auch weitere Qualifikationen als Mediatoren, Coaches oder Bewertungsspezialisten. Zweitens, Verhandlungskompetenz, die Ihnen bei der Unternehmensnachfolge zugute kommt. Drittens, wir arbeiten stark erfolgsorientiert. Bei uns gibt es keine monatlichen Kostenpauschalen, sondern ein faires, transparentes System von Leistung und Gegenleistung. Das ist für uns im Sinne von Glaubwürdigkeit und Integrität ein wichtiger Wert gegenüber Ihnen als unsere Kunden. Viertens, mit modernster Analyse- und Prozestechnik bieten wir Ihnen eine unvergleichliche Beratungsqualität kombiniert mit einem der größten Netzwerke in vielen Ländern. Zu allen Fragen der Unternehmensnachfolge haben wir für Sie einen Gratis-Ratgeber als E-Book entwickelt. Rufen Sie ihn einfach hier online ab oder nutzen Sie mein Angebot eines vertraulichen Erstgesprächs. Vereinbaren Sie jetzt direkt einen Termin über unsere Homepage oder rufen Sie mich an. Ich freue mich auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.